Toni Kroos Spiel seit 2014 bei Real Madrid, zählt bei den Königlichen zu den Stars. Jetzt spricht er über den Bundesliga, Titelkampf, seine App, mit der er den Fußball, Nachwuchs fördert und Uli Hoeneß. Lesen Sie mit Bild plus, warum er Julian Nagelsmann die Meisterschaft wünscht, ob sich David Alaba bei ihm über Real erkundigt hat und ob ihn die Attacke von Uli Hoeneß überrascht hat. Musik Musik